hey leute und ganz ganz herzlich willkommen zu einem neuen video ja ich werde echt zu emily stompott weil mit dieser bezohnung es sollte mir mal angewöhnen wieder ordentlich zu reden hey leute und ganz ganz herzlich willkommen zu einem neuen video ja heute wenn wir das jam mit unserem anfi reiten ich bin schon sehr gespannt wieder zu schon mit anfi so leute es geht los komm schon wir schaffen das sag mal darf ich mal keine ahnung wie ich will es da kein zwar das jetzt noch mal 105 star kunst von dem ausgeben ich möchte nämlich was überraschend also zur überraschung kaufen nein das kann man es wird dir gefallen trotzdem hast du von dass das was du gerade eben hast ja es sieht nicht wirklich gut aus auch kaum schon geht es hat was mit deinem charakter aussehen zu tun das eine mal nein reicht jetzt sage ich immer nein nein 105 star coins kann ich dir das trotzdem kaufen ich bin mir sicher du freust dich kann man es wieder verkaufen nein glaubt nicht wenn es mir dann nicht gefällt ich hoffe dir gefällt ist es kleidung nein accessoire nö es kann aber nichts anderes sein es ist mein charakter als make-up haare haustier ja ok es ist nen es sind haare es sind haare meine haare haben 159 gekostet also chill ich hoffe ich chillin ja nö kann ich mir mal ein bild schicken und ich dir dann sagen kann sonst habe ich 150 SC verordert SC ja stark ich vertraue dir kauf was kauf kauf ich vertraue dir äh du musst mir kein bild schicken ich vertraue dir ich gehe irgendwann weiter auf was und 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 nein die günstigste sind 18 80 star kannst du es aber voll hässlich so blau ins weiß verlaufende das finde ich eigentlich schön aber egal also für mich ist es hässlich ich muss erstmal auf der datenbank schauen wo es die überhaupt gibt nein ich möchte kein livestream starten lass mich in ruhe die frisur star stable datenbank google wo haben wir denn die infotpinta also meinst du diesen braun schwarz der bunt ist und wenn es weiß rüber geht hm es gibt ja so einen braun schwarz der ist braun oder möchtest du in oder möchtest du braun oder schwarz also blond braun und schwarz sehen am besten aus meiner meinung nach also von braun schwarz und blond wäre sowieso blondes günstigste ach so und heute kommt auch noch das video von uns online das orte dings da das orte dings hier das orte dings hier jo voran kommt das 3 u nachts video pfff oh dieser schnurr war da einfach beste wie viel hat der eigentlich gekostet der hat gar nichts gekostet das war eine christ u 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 wirst dich freuen wenn du dich einloggst ja ich werde aber auch gleich wieder auflangen gehen meine freundin auf mich wartet aber dieser zopf wackelt auch mit das ist schon mal gut oder bist du gespannt gar nicht ne leute sie hat aufgelegt gut ich werde jetzt mich verabschieden ich hoffe euch hat dieses kleine aber feine video gefallen wir sehen uns ja 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 ja